Unglaublich. Die FDP befindet sich in einer politischen Krise, nachdem sie bei den jüngsten Landtagswahlen erhebliche Verluste erlitten hat. Die Partei scheiterte an der 5-Prozent-Hürde in Bayern und kämpfte hart um die 5-Prozent-Marke in Hessen. Diese Wahlergebnisse sind nur die jüngsten in einer Reihe von Rückschlägen für die FDP, die in den letzten Jahren einen allmählichen Rückgang ihrer Wählerbasis erlebt hat. Die Partei, die sich als Vertreter liberaler Wirtschaftspolitik und individueller Freiheiten sieht, hat in der jüngsten Ampelkoalition mit SPD und Grünen einige ihrer Kernprinzipien kompromittiert. Diese politischen Kompromisse haben zu einem Vertrauensverlust unter den Wählern geführt, der sich in den Wahlergebnissen widerspiegelt. Der Generalsekretär der FDP, nach den jüngsten Wahldebakeln, äußerte sich sehr kritisch über den Fortbestand der Ampelregierung. Seine Aussagen weisen darauf hin, dass die FDP eine ernsthafte Überprüfung ihrer Beteiligung an der Koalition in Erwägung zieht, um weitere Wählerverluste zu vermeiden. Die Diskussionen sollen sich um Kernthemen wie Wirtschaft und Migration drehen, wobei der Generalsekretär die Notwendigkeit betont, Lösungen zu finden, die mit den Grundprinzipien der FDP in Einklang stehen. Die Spannungen innerhalb der Ampelregierung sind nicht neu. Bereits vor der Sommerpause gab es heftige Auseinandersetzungen über verschiedene Gesetzesvorhaben. Die jüngsten Wahlergebnisse haben jedoch die Risse vertieft und die FDP vor die Wahl gestellt, entweder weitere unpopuläre Kompromisse einzugehen oder die Koalition zu verlassen und Neuwahlen herbeizuführen. Die Möglichkeit von Neuwahlen wirft ein neues Licht auf die politische Landschaft Deutschlands. Aktuelle Umfragen zeigen eine Verschiebung der Wählerpräferenzen mit einem Anstieg der Unterstützung für konservativere Parteien. Die FDP muss abwägen, ob ihr der Verbleib in einer unpopulären Koalition oder das Eintreten für Neuwahlen mehr nutzen würde. Die politische Zukunft der FDP hängt stark von ihrer Fähigkeit ab, das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen und ihre Kernprinzipien zu verteidigen. Die Entscheidung, ob sie in der Ampelregierung bleibt oder sie verlässt, wird weitreichende Folgen für die Partei und die politische Szene Deutschlands insgesamt haben.